Moin Leute, herzlich willkommen zu irgendeinem random game. Hi. Ähm, ich spiele Bobech. Ja, ne, eigentlich Minecraft Party und da kommen halt random games. Welches Team sind du? Achso, du kannst Autoplay. Rück Schuss. Er hat reingekickt. Blue. Ich bin gegen euch. Was macht welche Bobe? Speziell Bobech. Ah, der Einde macht Rückschluss am Dritt. Ja, schieß dich! Wieso hat der Blöcke? Schuhnge! Keiner fliegt danach zum Buch, du. Oh, manche hatten einen Endpoller. Mhm. Mhm. Lolli, hab so Pocky-Bold. Eh? Woh, verdammel. Ah! I sent this, yo. Ah, blöcke dich viel mehr ganz so. Pfff, hab ich grad damit einen gekillt noch? Ich hab die tötet. Mein Leben macht n Sinn. Ah, okay. Renopal! Nein, ich bin rund, duhaba, hab auch halb Hunger. Kuckuck! Kills, kills, kills. Es geht noch eine Minute dreißig oder was? Loot! As hopp! Geh auf mich fokussier! Wie du auf mich fokussier! Wie du auf mich fokussier! Helft euch, Mensch! Helft euch, Mensch! Ah! Das war Karma, Kai! Der hat mich umgebracht, du Arschluss! Nö, mein Kollege. Ich fand's geil, weil ich links so gesehen habe, wie du auf mich zielt. Dann sehe ich dich nur noch so wegfliegen. Oh, 30 Sekunden, oder? Wie viele Kills habt ihr? Wo steht das? Wo steht das? Hier rechts unten. Wer ist 9? Wie viel hast du? Nein. Alter! Ich verstehe nicht, was das die andere Sache da macht. Einmal mal will ich schon komplett los. Und wenn auch du Gegnern und die dann erstarrt. Okay, jetzt hab ich 12. Ja, Mann. Hey! Wie viele hast du, Donnie? Ich hab 12. Ich hab 11. Easy. Find's geil. Was ist das? Irgendwie nicht. Welche Insel? Das ist der Dio. Nicht das Bauwerk? Doch, das Bauwerk. Wie lange geht das? Du hast ne Minute ungefähr Zeit. Und das sind dann von alleine, oder was? Ja. Nach der Zeit halt. Weiß nicht, ob das was wird. Weiß ich immer. Man muss halt versuchen ganz zum Zerstören, Bio-War. Nicht versuchen, man muss es machen, ja. Aber du hast halt übertrieben viel TNT eigentlich. Ich denk mir eigentlich grad aus, wo schwer ist das doch. Ja, weil du bombst mit den einen TNT die anderen wieder weg. Das könnte halt das Problem sein. Das könnte halt das Problem sein. Aber ich hab doch keine Zeit, wenn die Gleichzeitige... Ja, wenn die Gleichzeitige gezündet werden, aber ich hab gedacht dazu sind jetzt nur eine oder so. Und hier war alles verboten. Ja. Ach, am besten mit so wenig wie es geht. Guck mal rechts in die Tabelle rein. Oh. Ah, denk ich geil. Ein paar Abbot. Ich hab selber. Ich hab's grad gesehen so rechts. Ach, komm. Ich hab's grad gesehen so rechts. Ich hab's grad gesehen so rechts. Ach komm. Das kann doch jetzt, also das kann doch jetzt das Spielzeuge oder? Wohin? Wollen über andere Blöcke hier laufen oder ne? Ich glaub nicht. Wohin? Ja. Wohin? Na gut. Weiß es nicht mehr. Wohin. Nun kannst ja drum mal mal schauen. Ich hab's ja eh zur Nummer. da muss er eine stricke laufen werden meine trübe man kann über alle durchlaufen habe ich gerade gelernt dann gar zum safer wo da gibt es so special wieso bin ich jetzt langsam special ding gesehen hier in der mitte der drecksgrüne läuft mir direkt hinterher ich hätte fast zum power up bekommen noch am schluss es hat mich noch mal voll nach vorne muss herum war halt keiner wo die kaktus kaktus glättern so hoch wie möglich der ändert sich halt manchmal das problem wie ist der eine bei 720 nein 45 er hat es 46 was sie Ja, 45, du 44. Hä, bei mir stand 45 dann. Ja, 45. Hä? Lul. Bei mir 45. Alter, wie assi das ist. Weiß halt, ob das das Zige zu gefährlich ist. Warum? Wer mich abschneiden will, der Assi. Guck mal im PC-Lektor, wie du bist, leh. Ja. Uiuiuiuiuiui. Also, bei mir wird's gar nicht aus dem Engel. Ich hab das Gefühl. Ich bin in dem Spiel aber absolut nicht gut. Oh no, ich hab mich selber gekillt. Ja, Daniel, du bist so entspast. Ich hätte noch so eine große Fläche gehabt und ich wollte alles ausnutzen. Ach, Mann. Oh, hab's aufgekackt. Ich hatte so viel Fläche und was mach ich? Ich will wirklich jeden Block ausnutzen. Oh Mann. Zwei Locker. Ich bin insgesamt Nummer 3. Ich muss jetzt gewinnen. Easy, komm. Lobby Jump. Hä hä hä. Jumpt schon. Welche Richtung? Äh. Ja, grad das, was ich immer gut kann, gell. Fuck. Fuck. Ich darf mal staubern. Ja. Dein Highscore wird gespeichert. Oh, stark. Aber du fängst ja dann wieder bei Null Club an. Nö. Ja, doch. Doch? Oh. Nein, ich bin so weit. Ich hab richtig reingeschissen. Weil ich hab mich zu sicher... Also, ich hab gedacht, wenn man runterfällt, passiert nix. Same. Okay, dann wär's auch einfach. Mann! Ich bin grad einfach zu dumm. Die Runde war gar nicht mein 7. Das Match komplett. Man, ist es meins. Hm. Kommt den Spur nur. Verkackt. Oh, ihr krass. Das war gar nicht meins. Ich hab trotzdem dritte gewehr. Ja, allgemein meine ich das Match und sowas. Ich find's trotzdem cool, dass der Giga-Clan einfach easy. Ja, schon seit der dritte. Jo. Aber dann, wo ihr seid, das war's mit der Runde. Wenn Sie gefallen, können wir gerne einen Daumen nach. Obe-Dollar. Vor besten Verschläge gerne in den Kommentaren. Schreibe abonniere. Vergesagt, locker aktivieren. Ciao. Doubletime. Ciao. Tschödelü. Musik. 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 Bis zum nächsten Mal.